Ich lasse die Fliegen an So rum Nachdem die Gegner ja nicht mehr neu kommen Deswegen muss ich hier noch bei den Felsen vorbei Ich gehe mal so von der anderen Seite und das Felsen rum Ah, wir kriegen die blaue Samen einpflanzen können Hast du ja mehr eine Pflanze? Schau mal, da, eine blaue Blume Ich bin sicher, davon gibt es noch mehr Okay Mal schauen, was die bewirkt Der hier auf den Seerosen wächst Ähm Deswegen gibt es eine Segenfallsbleibung Wir pfiffen wir das mal Ja Okay Das hat dann natürlich was mit den Fischen zu tun Die ihr Revier bewachen Davor Okay, hier möchte ich eigentlich nicht kämpfen Und die was des Lebens geben Und nicht mehr schäumen. Ah, so you don't have much good times. Drops, just post. Okay, verstehe ich gerade nicht ganz. Also ich muss irgendwas mit den großen Fischen machen. Beziehungsweise ich muss die irgendwo hinlocken. Oder nicht? Äh, probieren wir uns bei einer anderen Zero Zone. Schauen, was macht sie? Okay. Weiß ich noch so wenig wie die anderen. Okay, der Vogel ist jetzt trotzdem weg. Was übersehe ich gerade? Irgendwas übersehe ich gerade. Ich glaube nicht, dass es irgendwas zu den Haupten zu tun hat. Nicht mehr ins Wasser geworfen haben. Ja, es wirkt auch so, es würde noch Platz für eine Weizung zu haben sein. Alles besser gesagt, für eine Weizung zu Pflanzung. Wie gesagt, das hier verstehe ich ganz und gar nicht. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Jetzt stoße ich gerade malечат. Ich brauche mich etwas zu Ausstattungen. Wenn wir etwas zu tun. Und wenn wir das nicht teuer und Owlette haben würde, ich brauche das vorher entfernen und ausstattungen. Ich brauche das alles nicht zu fährlich. Ich brauche das Portal. Also als derecher Solz heraus usw. Ja, das ist doch ein paar Sachen, die Blume ist weg, aber ich weiß nicht, wie sie noch da sind. Ich glaube fast nicht, dass das der gleiche Fisch ist. Ich weiß nicht, dass der hier keinen Sound hat. Ich muss da noch einen Weg geben zu anderen Blumen. Da wird auch irgendwie Steine da loswerden. Deswegen gibt es ebenfalls Bläubungen. Das weiß ich schon. Man sieht, dass die rosa-kern-blaue Blume wächst. Was sehe ich hier gerade beim Blumen? Das muss ja natürlich irgendwas sein, was ich gerade nicht verstehe oder nicht sehe. Okay. Hier auf den ersten würden wahrscheinlich dann nochmal Blumen wachsen. Irgendwie muss ich doch da runterkommen. Hier ist noch eine blaue Blume. Stimmt ja. Okay. Da ist doch der Schmetzerlänge nur. Okay. Jetzt bringen wir noch eine Küste. Okay. 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 Falsch. Was haben wir denn hier rum? Ich hab verdrängt, dass hier noch Seerose war. Jetzt haben wir auch den letzten Saum. Gut. Mal schauen, was der bewegt. Mal schauen, dass hier der schnellste Weg zurück ist. Mal schauen, was der bewirkt. Diesmal ist seine Westeblume gewachsen. Ich bin sicher, von denen gibt es jeweils auch. Mal schauen, was die machen. Okay. Und jetzt unsere Werftmöhe machen wir mal. Okay. Damit kommen wir quasi weiter im Wald voran. Natürlich bezweifle, dass so ein Vogel uns tragen kann. Aber ist okay. Da oben ist auch noch eine weisse Lunge. Wie ich es mir schon fast dachte. Ich hab noch deren Sinne dringend. Okay. Zu irgendeinem Ort war einfach nur ein Gegner wartet. Ähm. Mal schauen, was die Kiste jetzt gebracht hat. Die Hohenzüge aufhören. Dass sie irgendwo weg kam. Wie ist jetzt der Fische zu holen? Dort. Dort. Warte, ich geh zuerst hier weit. Und hier ist noch ein weißer Blume. Bring uns das auf die andere Seite. Ja, das bring uns hier ran. Okay. Und was bringt uns das jetzt, dass der Fels hier weg ist? Beim Parkziehen bin ich doch vielleicht verwirrt. Ah, na gut. Schaden kriegen wir hier als Durchwucht. Ist das nicht eine Gemünfrucht? Ist das nicht eine Gemünfrucht? Dann... Wer kam nicht ran? Und der Wasser ist dann gefährlich aussehender Fisch. Ob dieser kleine Fisch uns helfen könnte? Okay, jetzt haben die blauen Blumen erst... ja, über alle Bedeutungen bekommen. Und auch hier die Raupen. Ich weiß gerade noch nicht wo die überall waren. Ah, das so ausreicht. Ach, schon mal hier. Ja, schon mal hier. wo waren die anderen raupen? waren die nicht auch hier? ah ok ich verstehe schon die anderen raupenbahnen dafür dass die frucht auf die bahn des nächsten fisches gelenkt werden beziehungsweise gelenkt wird sagen wir es so ok und hier muss ich halt wieder das timing abpassen ich glaube wann ich dem das signal gegeben kann dass der rechte schwimmt das soll sich daraus gehen jetzt macht auch das mit den felsen hier im zimmer ich würde gerade sagen die schwein darf ruhig da noch unten gehen so jetzt haben wir uns zu boitzen so jetzt haben wir uns zu boitzen das hat aber gedauert ja stimmt hätte man sicher schneller haben können das ganze Rätsel hier nachdem mein Gefühl nichts erklärt wird ist halt schwierig mein Gefühl ist jetzt nicht falsch ausgedrückt das wird eigentlich nichts erklärt natürlich muss ich wohl jetzt hier anlaufen dann macht sie in die gegner verschwinden auch wenn es nicht erledigt okay schon kriegt auch andere Sachen und nur was das lebens von dem her ist ja ok nachdem seine frucht geholt hier das die mir vor wie versprochen bringen sie dann mutter vielen dank sie sagen menschen seien rücksichtslos aber ihr seid anders vielen vielen dank hier das ist für euch im bett als für hier achso war ich schon wieder das ist ein Objekt zum Verbesserung von Waffen und Rüstungen